Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Morgens Jakob von Infarkta und ich bin in Grotesque Tactics Teil 2, Dungeon & Donuts. Ich habe ja gestern schon Teil 1 für euch angespielt für das Infarkta Games Archive und herzlich gelacht wieder. Es ist einfach eine ganz wunderbare Spielreihe, die eben die Rollenspiele schön auf die Schippe nimmt, in der großartigen Tradition von Bart's Tale. Zudem gefällt es mir natürlich auch gut, dass ich hier wieder einen deutschen Entwicklerstudio habe mit den Head-Up Games. Ich finde, also das ist jetzt irgendwie gegenüber den anderen, weil ich nicht den falschen Hals bekomme. Ich freue mich aber immer darüber, wenn wir in Deutschland Spiele-Schmieden haben. Ich finde das einfach eine schöne Sache, weil meiner Erfahrung nach gerade die großen Namen unserer deutschen Spiele-Schmieden, die haben im Laufe der Jahre wirklich tolle Titel hervorgebracht und oft Spiele-Genres bedient, die von internationalen Publishern nicht so bedient wurden. Wobei es im Laufe der letzten Jahre dank eben Kickstarter und Early Access vermehrt auch die tollen Indie-Entwickler geschafft haben, in dem Mainstream ein bisschen Fuß zu fassen und dadurch finanziell ein bisschen sich leisten können, aufwendige Projekte umzusetzen. Und, ähm, also es freut mich einfach, ja. Und, ähm, dann gehen wir jetzt mal rein, bevor ich einen langen Rumschwall und doch, doch noch irgendeiner das in den falschen Hals kriegt. Jetzt überlege ich gerade, warum ruckelt sich mein Computer gerade einen ab? Eigentlich sollte es ein Feiertag für Glory werden. Das Königreich beschloss, in den Katakomben des besiegten Feindes ein Fest zu veranstalten. Sogar die arroganten Elfen wurden eingeladen. Doch dann geschah etwas Grausiges. Ein dichter Nebel zog auf und umgab die Gruft. Die, die der Nebel verschlangen, schrien panisch um ihr Leben. Aber nichts blieb von ihnen übrig. Rein gar nichts. Verzweifelt suchen die Überlebenden in den Tiefen des sagenumwobenen Gewölbes einen Ausweg in die Freiheit. Aber ob dort oben überhaupt noch jemand lebt? Hey Cake! Jetzt ist es aber genug mit eurem dramatischen Monolog. Die Jungfrau und seine halbgöttlichen Wenigkeit werden schon ganz unruhig. Solche Angst macht ihr ihnen. Es heißt Drake und die Lage ist dramatisch. Wir sind nur wenige Überlebende. Der alles verschlingende Nebel im Rücken, Horden an blutrünstigen Monstern vor uns, da darf jeder Angst haben. Macht euch nicht gleich in die Hose. Deshalb hat uns doch die Prinzessin von Glory heilige Aufgaben gegeben, um die Lage zu verbessern. Folgt seiner halbgöttlichen Wenigkeit. Los Drake, hier geht's lang. Avatar, nehmt ihr die Sache nicht ein wenig zu leicht? Wegen den Toten? Naja, die paar Hundert. Seine halbgöttliche Wenigkeit war ein Schlachten mit Tausenden und Abertausenden von Toten. Das waren noch Zeiten für echte Männer. Es ist einfach schön wieder da zu sein. Teil 2 ist ja erst vor kurzer Zeit zu mir gekommen. Das wurde im Adventskalender von Chip.de irgendwann mal als freie Vollversion eben verschenkt. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön dafür. Ach, das ist das, diese Tesla-Spulen, die dieses komische Geräusch hier ständig machen. Also das hat jetzt, ich habe keinen Soundbuck, sondern... Erst mal ein Trink einsacken. Und eine Schere und Colt. Gutes altes Rollenspielerverhalten. Wir sacken erstmal ein, was nicht nagelfest ist. Was mir direkt auffällt, grafisch ist das mal heftigst aufgebohrt gegenüber Teil 1. Also da haben sie die Kohle, die sie eingenommen haben mit Teil 1, doch reichlich reinvestiert in eine schöne neue Engine. Jetzt erinnert mich die Engine ein bisschen an... Ja, ich will nichts sagen. Bevor ich wieder irgendwas Falsches sage, dann werde ich wieder von irgendwelchen Leuten gefaltet. Ich wollte nur sagen, an welche Engine mich das erinnert und an welche Spiele, aber ich spaß mir einfach. Ist ja auch letztlich wurscht. Ich finde, das sieht cool aus. Macht jetzt auch natürlich viel mehr Spaß noch, sich die Jungfrauen des Holy Avatar zu betrachten. Können wir jetzt auch gleich machen. Oh ja, so stelle ich mir Krankenschwestern vor, hervorragend. Hier Mädchen, dreh dich mal, wenn ich dich anspreche. Eigentlich gehören wir zur Garde der Prinzessin. Prinzessin Lasziva hat uns in dieses hautenge Krankenschwesterkostüm gesteckt. Hey, das war eine wirklich gute Idee von ihr. Allein der Anblick macht die Verletzten wieder gesund. Definitiv, definitiv. Wenn ich wüsste, dass die Schwester im Krankenhaus so aussehen und so rumlaufen. Ja, das wäre jetzt schlecht für unser Gesundheit System, gell? Äh, äh, ja. Super. Da ist noch was zum Einsacken. Das, äh, eine Möhre. Das haben sie auch schön gemacht, dass man, dass er jetzt so ein Glitzer-Dings drumherum ist. Gut, das war in Teil 1 aber auch schon, dass das, äh, so ein bisschen mit einer Aura drumherum ist. Das ist der, bitteschön. Es scheint glücklich zu sein und will mit mir spielen. Bzz, bzz, Pokk-Dude. Ich glaube, da habe ich was verpasst. Wer ist das denn? Hallo, wie geht's? Was? Achso, Finger weg. Das ist mein Pokk-Dude. Ich bin Professorin Esche. Die Leute nennen mich auch die Pokk-Dude-Professorin. Aber genug von mir. Erzähl mir lieber von dir. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge natürlich. Aha, ein Junge bist du also. Habe ich das richtig verstanden? Eigentlich bin ich ein Mann. Oh, tut mir leid. Ich frage sowas ständig. Ich hätte es wissen sollen, auch ohne zu fragen. Willkommen in der Welt der Pokk-Dudes. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wiesen bevölkert, die man Pokk-Dudes nennt. In den Pokk-Dudes schlummern geheimnisvolle Kräfte. Die Pokk-Dudes und wir Menschen ergänzen uns ganz ausgezeichnet. Wir führen ein Leben in Eintracht mit ihnen und helfen uns gegenseitig. Tatsächlich? Pokk-Dudes sind so toll. Ihr seid ein unzertrennliches Gespann. Man kann mit ihnen spielen, sie füttern und Pokk-Dudes gegeneinander kämpfen lassen, sofort wenn sie geschlüpft sind. Ist das nicht Tierquälerei? Was sagt der elfische Tierschutzbund dazu? Oh, ich... Nun ja, äh... Hier, nehmt diesen tollen Pokk-Dudes-Heiltrank. Oh, super, danke. Was glaube ich? Wer will kein Pokk-Dudes haben? Dazu muss man ins hohe Gras gehen, sich 20 Mal im Kreis drehen und laut Spadeuckel rufen. Irgendwann greift ein wildes Pokk-Dudes an und dann kann man es mit dem Dudefänger einfangen. Ich sag euch was, ich bin auf der Suche nach einem seltenen Pokk-Dude. Es heißt Pinky und ist eine Choco-Chick-Prinzessin. Ich möchte sie bei mir aufwachsen sehen und ihre Freundschaft und Zuwendung spüren, um noch mehr über die Pokk-Dudes zu lernen. Bringt mir eins und fangt sie mit dem Pokk-Dude-Fänger. Wo finde ich so einen Pokk-Dude-Fänger? Hm, das ist noch ein Problem. Normalerweise findet man sie in Dude-Center, die überall in den Dörfern stehen. Aber hier sind wir ihr völlig von der Außenwelt abgeschottet. Ihr solltet bei den Händlern in der Zuflucht nachfragen, ob sie einen Pokk-Dude-Fänger verkaufen können. Also gut, wenn ich euch diese Choco-Chick-Prinzessin hole... Das Pokk-Dude heißt Pinky und es sagt auch immer Pinky. Ist das nicht süß? Ganz herzallerliebst. Dennoch müsste ich auf eine Belohnung bestehen. Und der Pokk-Dude-Fänger kostet sicher auch was. Ich werde euch mit 200 Gold entlohnen und wenn ihr mir seltene Schriften bringt, dann werde ich sie für euch identifizieren. Das schon. Aber dann geht ja die Pokk-Dude-Atmosphäre flöten. Das ist richtig. Ich würde mal die Hochelfen in der Zuflucht fragen, ob sie vielleicht einen Pokk-Dude-Ort kennen. Ich habe mir gerade schon den Mund zuhalten müssen. Also zuallererst, die Professorin sieht aus, wie sich scheinbar Pornoproduzenten ganz gerne mal Professorin vorstellen. Zweitens, ich glaube, dass die Sprecherin, die diese Rolle synchronisiert hat, sich einen abgewirrt hat vor Lachen, nachdem sie hier das aufgenommen hat. Aber ich glaube generell, die Leute, die da engagiert wurden, für das zu vertonen, einzusprechen, das Spiel, die haben eh ständig auf den Boden gelegen und konnten nicht mehr. Drittens, natürlich sind Pokk-Dudes auf Pokémon, aber ich glaube, das ist jedem von euch klar bezogen. Und die Choco-Chicks, die man schon Teil 1 gesehen hat, diese großen Laufflügel, die beziehen sich natürlich auf die entsprechenden Viecher aus Final Fantasy, die Choco-Bos, glaube ich, heißen. Ich weiß nicht, ob ich gerade gar nicht mehr genau. Ist überhaupt wurscht. Aber ihr wisst auf jeden Fall, ich nehme an, ihr habt das auch sofort erkannt. Was sieht da denn rum? Sieht aus wie ein roter Goblin. Das ist eine von den Jungfrauen. Die haben ja schwere Verluste scheinbar hier in den Kämpfen. Ich bewache diesen Teil des Lazarets. Alles ruhig. Wenn ihr durch diesen Eingang geht, garantiere ich aber... Ich passen auf! Auf Krankenschwestern und Lazarett. Braver, Golem! Darüber nichts sagen darf. Ich befehle erhalten von Sir Silver. Das sind schon mal beachtliche Gole. Ah, da ist ja der Holy Avatar und die Jungfrauen. Was gibt's, Drake? Entweder werden uns die Monster fressen oder der Nebel. Macht euch keine Sorgen, Drake. Die Überlebenden gründen derzeit Gilden, um unsere Zuckerärsche aus der Unterwelt zu retten. Was ist, Drake? Wollt ihr euch der Gilde seiner halbgöttlichen Wenigkeit anschließen? Sie nennt sich Holy's Groteske Groupie-Gilde. Lass mich raten. Die Gilde besteht nur aus Jungfrauen. Ja genau! Und ihr würdet doch da perfekt hineinpassen. Na vielen Dank. Ich warte eben auf meine wahre Liebe. Da lasst ihr euch so einiges entgehen, wenn ihr versteht, was seine halbgöttliche Wenigkeit meint. Ich mag der Holy Avatar. Wobei ich etwas gerade irritiert, warum das immer auf und abwärts geht. Also für eine Lautstärke, wenn der redet. Also mal ist es normal zu hören und mal sind Teile von dem Satz leise. Und ich finde, es ist leiser. Also es wirkt nicht so, als ob es betont leise wäre, als ob das mit Absicht leise wäre. Als ob da einfach... Wisst ihr, was ich meine? Zuerst braucht der Avatar eure Hilfe. Die Hochelfen sind noch ein bisschen sauer, ihr wisst schon, aufgrund der ganzen Toten. So bringet denn einen Elfenschild zum mächtigen Halbgott. Als Geschenk? Na gut. Elfenleichen liegen eigentlich überall verstreut. Da werdet ihr schon fündig. Mal sehen, was ich so auftreiben kann. Ihr macht das schon. Ah, den habt ihr schon liegen gesehen. Verdammt, die Hand. Sie will einfach das verdammte Schild nicht loslassen. Könntet ihr bitte die Leichen in Ruhe lassen? Oh, tut mir wirklich leid. Ich brauche wohl irgendein Hilfsmittel. Tja, da haben wir ja Gott sei Dank die Schere schon aufgesammelt. Ekelhaft. Wenigstens habe ich es jetzt. Vergessen wir besser die Angelegenheit ganz schnell. Eigentlich gehören wir zur Garde der Prinzessin. Prinzessin Lasziva hat uns in dieses hautenge Krankenschwesterkostüm gesteckt. Hey, das war eine wirklich gute Idee von ihr. Allein der Anblick macht die Verletzten wieder gesund. Was geht's, Drake? Hier ist das Schild eines arm verstorbenen Elfen, welches ich gestohlen habe. Ja, ja, wischt euch die Tränen aus dem Gesicht. Und warum hängen hier noch Finger dran? Na, was soll's. Lasst uns besser zu den Elfen marschieren. Seht, eine fleißige Krankenschwester, die viel zu viele Überstunden geschuftet hat. Ich glaube eher, diese schrecklichen Blobs waren dafür verantwortlich. Hm, das ist auch eine nicht von der Hand zu weisende Möglichkeit. Zu den Waffen! Fresst Stahlschleim! Das ist ein wunderbarer Satz. Wir bleiben auf Distanz, geliebter Avatar. Brandy, Mandy und Candy. Hier kommt meine Spezialattacke! Anni, Wendy. Hä? Wie hieß noch im ersten Teil Mandy und Candy, oder nicht? Ihr seid an der Reihe Lieblingslichtgestalt! Tretet den Blobs kräftig in ihren Schleimhintern! Du hast mich im ersten Teil gelernt, äh, gelehrt, Prioritäten zu setzen. Als erstes Sack mir daher das Gold ein. Tja, die wird nichts mehr sagen. Beschäftigte mir mal den. Jetzt mal los, ging es schnell. Candy, genau. Aber jetzt ist Candy, Brandy und Wendy. Hm, ich hätte schwören können, dass Mandy noch dabei war in Teil 1. Ich werde nicht. Ist das erst ein Tag hier? Der Schleim ist zermatscht! Wenn die Monster schon bis hierher vorgedrungen sind, haben wir ein echtes Problem. Ihr macht euch einfach zu viele Sorgen. Die Gilde des mächtigen Avatars wird die Monster allein zur Strecke bringen. Ihr seid wirklich ein optimistischer Halbgott. Seine halbgöttliche Wenigkeit spürt Feinde in der Nähe. Ha! Der heroische Avatar wusste es. Noch mehr Blobs! Und sogar ein Elite-Blob. Es ist Glück, dass sie mit ihrer Schleimspur kaum Treppen nutzen können. Denn da oben befinden sich die Hauptquartiere der Gilden. Das meine ich gerade auch wieder so leise geworden mittendrin. Ohne ersichtlichen Grund. Im ersten Jahr gab es ja schon Elite-Pilze und Brutale-Pilze. Wundert mich jetzt nicht, dass es hier noch nie geplopst wird. Wir haben auch drei Schützen, warum wir nicht schreiten jeden mal ein? Aus der Entfernung muss man nur nicht dran mit dem Pfeil. Oh, Splash-Schaden. Gut, ein Elite-Blob. Gut, nun sollte es nicht mehr weit sein. Was müffelt ihr so? Zu eurer Linken findet ihr die Leichenkant. Goldzahn. Mensch, rennen die hier durch. Wenn das so ist, biegen wir sie erst mal ab und checken mal die Leichenhaut. Die ganzen Leichen machen mir irgendwie Angst. Die heißen Krankenschwestern mit ihren großen Spritzen allerdings auch. Oh, die lebt noch. Sie ist ziemlich tot. Ansonsten trägt sie leider nichts bei sich. Oh, eine Kiste. Ein Mannertrank. Ähm, wir sprechen die kurz an. Vielleicht sagen die was anderes. Glaube ich aber nicht. Ich bewache hier die Toten. Ich liebe meinen Job. Ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken. Ich weiß nicht. Ich fand das gerade, äh, ein gruseliger Satz. Aber geil gesprochen. Hättet sie das mit den, äh, ich bewache die Toten, nett gesagt. Sondern nur ich liebe meinen Job mit der Stimme. Hättest mir besser gefallen. Da sind wir. Ah, und die Elfen sind auch schon da. Ah, die werden in uns sicher die Schuldigen des Massakers sehen. Seine halbgöttliche Wenigkeit wird gar nicht erst zuhören. Megowannert. Das sind also die Menschen, die uns die Prinzessin empfohlen hat? So ist es, Gebieter. Die Menschen sind schuld, dass wir uns in einer so misslichen Lage befinden. Unzählige unserer Brüder und Schwestern sind in den Nebel hoffnungslos verendet. Und was geben sie uns zur Wiedergutmachung? Den Schild eines tapferen Elfenkriegers. Und die Finger noch dazu. So reicht euch seine halbgöttliche Wenigkeit die Hand zur Freundschaft. Das ist ja abartig. Dennoch eine halbgöttliche Geste. Die Menschen senden uns also einen Schild, eine abgehabte Hand der Freundschaft, einen goldenen Wichtigtuer mit wollüstigen Jungfrauen und einen depressiven Gothic-Typen. Ihr seht wahrlich nicht wie ein Held aus, Drake. Ja, danke. Ihr allerdings schon. Das ist mein Bodyguard, Felia. Sie ist eine meisterliche Bogenschützin. Grüße. Tja, nun stehen wir hier alle zusammen, was? Drake, bitte unterlasst diesen peinlichen Versuch eines Smalltalks. Mensch, versucht erst gar nicht, meinen Bodyguard zu bezirzen. Sie gehört mir. Eure Menschenprinzessin hat drei Aufgaben, die sie zu erledigen sucht. Eine, Drake, sollt ihr übernehmen. Jede Aufgabe bestimmt den Verlauf eures Schicksals. Ihr könnt den rechten Eingang wählen. Drake, dieser Weg führt euch zu einem gigantischen Untoten. Auch der weitere Weg wird schwer und grausam sein. Im mittleren Gang werdet ihr ein Gebiet von ein paar klapprigen Skeletten säubern. Das ist der Weg, den wohl die meisten Recken nehmen würden. Die linke Treppe. Das ist ja voll schön, Drake. Da müsst ihr ein paar Blümchen sammeln und vielleicht trefft ihr auf ein kleines, flauschiges Kuschelmonster. Für blutige Anfänger sehr zu empfehlen. Während sich seine halbgöttliche Wenigkeit um andere Quests kümmert, lässt euch der mächtige Avatar die loyalen Jungfrauen Wendy und Brandy zurück. Den Schwierigkeitsgrad. Ähm, dann nehmen wir trotzdem den mittleren. Also normal. Ich finde jetzt leicht, Kuschelmonster sieht zwar lustig aus, aber jetzt auch schwer direkt. Wir nehmen mal den mittleren Gang. Ihr habt euch für den mittleren Weg entschieden. Sammelt die Schädel der gestorbenen Elfenkrieger ein und übergebt sie später der Prinzessin. Und was ist mit den Skeletten, die hier auf mich lauern sollen? Ah, ich vergaß. Tötet auch die Skelette, die hier herumlungern. Wir werden hier auf euch warten. Wenn ein Untoter vorbeikommt, können wir auch mal ein paar Pfeile abschießen. Fehlt Spaß mit den Quests, Drake. Drake, ihr wartet hier und steht nur herum? Na, vielen Dank. Egal. Es wird Zeit, ein paar Knochen zu schnetzeln. Komm nur her zu, Papa. Hm. Oder ich überrede vielleicht doch, die Jungfrauen mitzukommen. Also, es ist mir jetzt ein paar Mal schon aufgefallen, dass das irgendwie ohne großen Grund einfach mal leiser wird, mal lauter wird. Vielleicht kann das an diesen komischen Soundkarten-Gedöns auf dem Mainboard liegen. Hm. Aber der Treiber ist aktuell, eigentlich dürfte der... Äh, ja, egal. So, überzeugen wir erstmal die faulen Jungfrauen. Sprecht besser mit Wendy. Sie hat das Sagen. Was gibt's, Drake? Yep, das wäre der Plan. Aber wir sind die Jungfrauen von Holy Avatar und nicht von einem wie... Ich. Genau. Also schlagt euch das aus dem Kopf. Niemand redet davon, dass ihr meine Jungfrauen werdet. Ist das so? Söldner? Wie die Gilde? Wir gehören Glory an. Ähm, Wendy? Mit der Bezeichnung könnte ich leben. Hurra! Dann mal zu den Waffen. Aber da wir nun Söldner-Jungfrauen sind, müsst ihr uns bezahlen. Aber nicht mit irgendwas. Bringt uns was Persönliches. Sehr gute Idee, Wendy. Einfach nur Gold wäre gegen unsere jungfräuliche Würde. Danke, Brandy. Söldner-Jungfrauen. Was für ein dämlicher Name. Wie? Hattest du was gesagt? Schon gut. Irgendwo muss vor der Höhle doch noch was Wertvolles zu finden sein. Da bin ich irgendwas, was zu spielen und was zu naschen. Oh, toll. Ich zieh mich mal zurück zu meinen Jungfrauen. So habe ich hier etwas geschlagen. Und die Bogenschütze sind direkt hier in mir. Äh, was ist mit meinen Bogenschützen? Ich habe ja wieder nichts. Was soll denn der Quatsch? Ich hatte die Söldner-Jungfrauen haben sich schon mal angeschlossen. Was gibt's, Drake? Niemand redet davon. Was ist das so? Holy Avatar ist unser... Macht uns nicht... Schlechte Idee... Macht uns nicht... Söldner... Wir gehö... Ich hasse dich... Ein Haufen... Mensch, Mädels, jetzt... Oh... Was gibt's... Niemand... Ist das so? Söldner... Wir gehö... Hm... Es hat schon einen Grund, warum Holy Avatar nur Jungfrauen... Komm, egal jetzt. Vielleicht ist das das Spiel an der Stelle vielleicht ein bisschen backig. Ich hab keine Ahnung. Äh... Ist mir jetzt auch wurscht. So ein Gemälde hat Holy Avatar in der Truhe verstaut, damit sich der Finder überschwänglich freuen soll. Nein, bei mir hat es nicht funktioniert. Das war's. Ich muss ihr jetzt das Gemälde geben, das ist das Persönliche und dann maschinen es mir nach. Was gibt's, Drake? Das passt doch super zu meinen neuen Söldner-Jungfrauen. Holy, sieht das so gut aus. Wir sind eure Söldner-Jungfrauen. Los geht's! Na also da. Warum kann ich Shades nicht angreifen? Okay. Immer schön Feuer konzentrieren. Ich sag mal, das mit dem Fernkampf habt ihr auch nicht ganz verstanden, oder? Na doch, jetzt steht die Anna Trula von... Was gibt's, Drake? Du sollst jetzt nicht babbelen. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich bin gerade fassungslos. Nein, das wird ja vor. Oh Mann. Also scheinbar gibt's ja eine gewisse Bedingung, aus welcher Entfernung die schießen können. Okay. Ist die eine Jungfrau schon etwas, ähm, beschädigt? Na, ersten Elfenschädel haben wir. Den zweiten haben wir auch. Oh Mann. Da ist aber keine schlechte Position hier. äh, Drake kann sie vorn, äh, äh, tanken, die Mädels können draufschießen. So, wie sieht's denn aus mit Lebenspunkten? Nur die Wendy ist angekratzt, ein bisschen heftiger. Ja, Drake geht eigentlich, gell? Ähm, Zielschuss. Sauber. Damit wurden jetzt hoffentlich auch die Lebenspunkte wieder aufgefüllt. Jawohl, wurden sie. Na, dann greifen wir mal an. Wenn wir rumstehen, kriegen wir keine Spelette weg. Sehr schön. Äh, die kommt dann nicht mehr zum Kämpfen, aber die Gude, wenn die. Müssen wir mal checken, ob die Pfeile brauchen? Oh, das ist da an... Ah, nee. Ähm, das wird jetzt langsam kritisch. Ähm, wir sollten uns irgendwo hin verkrommeln. Und zudem sollten wir einen Heiltrang nehmen. Wieso haben wir keinen Heiltrang? Ah, da. Ähm, und? Ähm, das wird jetzt einfach platt. Ähm, ne, klar. Wir hauen jetzt einfach platt. Oh. Oder auch nicht. Oh, Wendy, es wird Zeit für einen Zielschuss. Oh, können wir nicht mehr. Kein Mana mehr. Schlecht. Sauber. Also ohne die Mädels hätten wir das nie im Leben auch geschafft. Aber gut, war ja auch unwahrscheinlich, dass wir da reingegangen wären ohne die Mädels. Ja, wie nett dahinter geht, als ein Boss. Erstmal gehen wir da hin. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Ach, der kommt doch nach, der Anführer. Shit. Oh, oh. Oh, oh. Schnell weg. Ja, 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 erkunden, erkunden, nehmen wir im Walz in die Räume. Oh, cool, feine Lederjacke. Ah, eine feine Lederjacke. Sehr schön. Ähm, jetzt aber was ganz anderes. Wie kam ich in die Mädels heile? So, geht's nicht. Warte mal. Ich muss die doch durchschalten können. Ich muss auch die Wendy heilen können. Das kann ja nicht sein, dass ich die Wendy nicht heilen kann. Ähm, ja, ich kann mir hier einen abklicken. Also auf diesen Pfeildingen reagiert das gar nicht. Warte mal. Ja, das sind die Fähigkeiten gedöhnt zum Quests. Und hast du nicht gesehen. Äh, jetzt habe ich aufs Schnellspeichern gedrückt. Okay. Ja, mir geht's darum. Ach, komm, egal jetzt. Ach, warte mal. Der hat auch einen Levelaufstieg gekriegt, gell? Ähm, und F4 ist das? Genau, wir haben zwei so Punkte. Ach so, ich muss unten anfangen, oder was? Genau. Erstmal ein bisschen mehr Lebenspunkte. Oh Gott. Also der Knüppelstieg ist ja auch wirklich ein bisschen sehr klein. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Ja gut, anders heißt, kannst du einfach wieder F4 drücken und das Ding auch von allein wieder zu. Okay, wenn da oben ein Feind ist, stellen wir Drake mal in den Weg. Äh, Wendy, bleib mal hinten. Ah, das war ja klar. Renn der Scheiß-Skelett an den Dings vorbei, um auf den geschwächten Gegner losz... äh, auf mein geschwächtes Gruppenmitglied loszugehen. Toll. Sollen wir jetzt mit hinten? Ah, der ist wieder. Ich glaube, hier ist alles erledigt. Da habt ihr recht. Glückwunsch, Drake. Ihr solltet der Prinzessin eure Erfolge melden. Glory wird stolz auf euch sein. Es war schön mit... Danke für euren Einsatz. Ich werde euch sicher mal einen Besuch abstatten. So, das suchen wir jetzt noch alles schön gemütlich ab. Regulationstrank. Ich denke, wir haben jetzt hier alles eingesackt. Dann gehen wir mal zur Holy Avatar zurück. Deshalb erklärt ihr, warum ich Wendy nicht heilen musste? Oder konnte? Ist er das? Dem schlitze ich die Kehle auf. Ja, das ist er. Aber haltet euch zurück, Razor. Dawn Claude, ihr kümmert euch darum. Wer bei Torus seid ihr? Wollt ihr das wirklich wissen? Das würde euch sowieso nichts mehr nützen. Aber... Was? Dawn Claude, was geht hier vor? Ihr solltet besser nicht zögern, Dawn Claude. Ah, ah... Es... Es ist rein geschäftlich. Au revoir, Monsieur Drake. Eine schöne Art zu sterben. Doch nun kümmern wir uns um die wirklich wichtigen Dinge. Drake! Drake! Aufwachen! Oh! Oh! Oh, Drake! Endlich bist du wach. Es ist so viel passiert, nachdem du bewusstlos gewesen bist. Hm? Ein Engel? Oh! Bin ich im Himmel? Bin ich im Himmel? Bin ich im Himmel? Hey? Hey! Ah! Weißt du eigentlich, wie oft mir schon diese blöde Frage gestellt wurde? Ich bin im Himmel? Mindestens einmal im Himmel, durch dramatische Erlebnisse oder bei Beginn eines neuen wichtigen Abenteuers. An dieser Stelle denken wir im Gothic? Kannst du mich gar nicht erinnern? Kannst du mich gar nicht erinnern? Kannst du mich gar nicht erinnern? Der Namenlose? Aber du hast recht, vor dem Nebel hier haben viele Angst. Zu viele arme Menschen und Elfen wurden von ihm gefressen. Ja, die Flügel habe ich mir nicht rangesteckt. Und meine Cousine Cynthia hat deine schweren Verletzungen geheilt. Die guten alten Engel kennen sowas. Die Spinne starrt uns die ganze Zeit voyeuristisch an. Das sind nur Spinnen, die hier ständig bei dir herumlaufen. Die wollten dich wohl gerade einspinnen und Eier in deinem zarten Körper ablegen. Wie nett. Sind hier alle Spinnen so groß wie diese? Groß? Das ist die kleinste Version. Die sollte ich wohl besser übernehmen, Kleiner. Haha, erledigt! Wow, wie konnte ich nur einen so brutalen Engel vergessen? Danke. Ich glaube, die Spinne kam durch einen Schacht. Hier irgendwo im Raum befindet sich sicher ein Geheimgang. Am besten du suchst mal danach, damit sie dich nicht mehr belästigen. So haben wir das doch in den guten alten Zeiten gemacht, oder nicht? Wir haben früher Seite an Seite gekämpft, aber die Zeiten haben sich geändert. Jetzt bin ich freischaffende Heilerin und werde überall gebucht. Wenn du aber eine Gilde gründest, dann stehe ich dir exklusiv zur Verfügung. Wir brauchen ein Organisationstalent, der die beschissene Lage ändern kann. Die Dungeons sind mit Monstern überseht und wir werden immer wieder von Untoten angegriffen. Allein hat niemand eine Chance. Deshalb wurden Gilden gegründet. Die Gilde der Hochelfen, Holy Skrotesco Groupie-Gilde und die Söldner-Gilde. Ich bezweifle aber, dass eine dieser Gäden das Ziel hat, die Überlebenden zu retten. Du wirst das ändern, Drake-Süße. Ja, verdammt! Stell dich nicht so an! Au, du hast schon wieder meine Kopfschmerzen vergessen. Feuchei! Du solltest schleunigst ein harter Kerl werden, der die Untoten zum Frühstück verspeist. Okay, harter Kerl werden. Verstanden. Musst du das denn gleich als neue Quest verstehen? Naja, ich dachte... Du kriegst dich beim Beratet der Prinzessin ein. Senior Don ist sein Name. Ein linker und geleckter alter Sack. Zu finden im Thronsaal. Such dir was aus, aber bevor du hier rausspazierst, wirst du erstmal den Schalter für den Durchgang suchen und die Spinnen verdreschen. Wenn dich später langweilig wird, findest du mich unweit des Thronsaals am Blutbrunnen. Okay, wunderbar. Wir sehen uns später. Die hat mich gerade so ein bisschen an die eine niedliche Blonde aus The Big Bang Theory erinnert, die Freundin von Howard, wo ich den Namen gerade verdrängt habe. Ich habe sie direkt vor Augen, auch ihre hervorragenden Talente. Und auf jeden Fall hat die hier auch diese... Ich kann hier auch so schrill schreien. Oh, eine Schmose-Teddy. Wie kann ich denn den anwenden? Cool. Wir haben den Teddy jetzt dabei. Der bringt Gesundheit plus Eins und plus Bewegung. So, da gibt es noch mehr Zeug zum Einsacken. Wobei, ich glaube, es wäre Zeit für unseren Cut, gell? Dann gibt es wieder so ein Riesenvideo und dann säuft mir wieder die Festplatte ab. Beziehungsweise läuft mir voll. War ja jetzt gestern bei Teil 1 schon ein echtes Problem. Hätte ich nicht gedacht. Für ein Spiel, dass es auf der Festplatte gerade mal 7 oder 8 wird mega groß, glaube ich, war. Mega groß auf der Installation. War irgendwie 40 Minuten Aufnahme 180 GB groß. Das war nämlich beeindruckend. Damit hatte ich echt nicht gerechnet, dass mir deswegen die Festplatte voll läuft. Ich habe die Tage wieder ein bisschen sehr viel installiert. Und deshalb habe ich wieder meinen Festplattenplatz ein bisschen verblödelt. Gemeinsam lasse ich nicht mal 250 GB frei nur für die Aufnahmen. Und da hatte ich unter 200 war ich gefallen, weil ich, was hatte ich installiert? Achso, Age of Cronen hatte ich installiert. Wieder einmal. Okay, gut, gut. Aber ich würde sagen, ich setze an der Stelle jetzt den Cut. Das ist Grotesk Tactics Teil 2, Dungeon & Donuts. Ich finde das ein super geiles Spiel. Ich finde es extrem lustig. Ich finde es auch schön gemacht. Kann ich nur empfehlen. Kostet auch nicht mehr die Welt. Also, außer wir unterstützen hier deutsche Spiele-Schmieden. Seht's als einen patriotischen Akt. Also, ich wünsche euch was. Wir sehen uns hier vielleicht wieder. Wir sehen uns garantiert wieder im nächsten Spiel, im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.